Allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie einen Alkohol drungen? Ja, einen Träger ausschlecken, 3,50 Bier, hab ich besungen. Einen ganzen Träger? Wieso? Wir waren zu zweit, der Rudi und ich. Wir waren zwei. Und dann haben wir danach noch diese Flaschen Pupsinger Melon in Sandel gekürt, gesüpfen. Und dann hat der Rudi angefangen mit einem scheiß Checky Cola, Checky Cola, mit dem Checky Cola und irgendein Checky Cola und dann hat er noch angefangen, der Rudi. Und dann haben wir diese Geißenmasse noch gesüpfen. Und auf die Geißenmasse hätte ich mich dann fast noch gespielen müssen auf die Geißenmasse. Aber sie wissen schon, dass ich Polizist bin und dass sie mitten in der Verkehrskontrolle sind, oder? Schon? Ihnen ist aber auch klar, dass dieses Auto rechts gelenkt ist und dass die Chantal praktisch nur Wasser trinkt. Die ist praktisch Sternhagel nüchtern ist die. Also Chantal, packen wir's! Servus! Servus!